Räuberhauptmann Mattis ist ein furchtbar, lieber Vater. Aber mit der Wahrheit nimmt er es nicht so genau. Was hast du dir genommen, ohne vorher zu fragen? Räuber nehmen anderen Menschen so viel weg, wie sie nur können. Ja, aber werden die da nicht ganz furchtbar wütend? Klar, dass es nur so zischt und manche weinen auch weg. Soll das die Zukunft sein für Ronja, die Räubertochter? Heute 14 Uhr für dich im Samstagskino.